Das ist jetzt das Ende der Welt. Ich weiß nicht, ob das die Stil auch noch ist, oder sonst ein Gebirgsfluss. Also ich bin wieder aufgefahren mit dem Fahrrad, nachfahren kann ich auch nicht, die bremsen, sonst war das mein letzter Bergthuhr. So, da werden wir jetzt wieder den Abstieg machen.